Ich bin Bio-Spitzenkoch Christopher Hinze und ich habe heute ein Apfel-Birnen-Relief mit frischer Minze, was wir gleich gemeinsam kochen werden. Wir brauchen Äpfel und Birnen, beide werden geschält, gefördert, entkernt und in feine Scheiben geschnitten. Als nächstes nehmen wir einen Topf oder eine hohe Pfanne und geben den Apfelessig und den Weißleinessig hinein. Als weitere Zutat folgen nun der Rohrrohrzucker, die Zimtstangen, der schwarze Pfeffer und das Steinsalz, die Muskatblüte und das Senfpulver, Bourbon Vanille und Peperoni und Zwiebeln. Jetzt unter Rühren erhitzen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Dann alles zum Kochen bringen, Äpfel und Birnen dazugeben und ca. 5-10 Minuten weiter kochen lassen. Aufpassen, dass die Äpfel und Birnen nicht verkochen. Anschließend die Hitzigwelle abschalten, Zimtstangen herausnehmen und die fein geschnittene Minze vorsichtig unterheben und heiß in ein Glas geben. Zimtstangen Vielen Dank.